So meine Freunde, willkommen zu der weiteren Part von Undertale. Wir resetten das jetzt hier mal. Und machen jetzt die Pazifistenroute. So, was machen wir hier? Ah, da kommt der. Oh, äh, was machst du hier? Hello, are you all right? You must be so lost and confused. I do not bear afraid, my child. I am Tawiel, caretaker of the ruins. I passed through here, we tell you, see if anyone has fallen down. You are the first human to come here in a long time. I will do my best to protect you during your time here. Come, I shall guide you through the catacombs. Scheint, als ob sich das geändert hat, wirklich. The shadow of the ruins looms above, filling you with determination, happy fully restored. Okay, Freunde, das wird auf jeden Fall das normale Pazifisten-Ending, so wie es hier aussieht. I come to your near home, innocent one. Allow me to educate you in the reparation of the ruins. The ruins are full of puzzles, and the infusion between Stivers and Storkies. One must serve them to move from room to room. Please adjust yourself to the side of them. Only the fearless may proceed. Brave ones, foolish ones, both walk not to the metal road. The magbroker is here. You will need to trigger several switches. Do not worry, I have labeled the ones that you need to flip. Press set to read signs. Stay on the path. Also wenn mich hier ein Monster angreift, dann... Oh, was ist Lewis? The first switch is over on the wall. Splendid. I am proud of you, little one. Let us move to the next room. Was das denn? The switch doesn't even work. As a human living in underground monster may attack you. You will need to be prepared for this situation. However, very not. The process is simple. When you encounter a Monster, you will enter a fight. While you are in a fight, strike up a friendly conversation. Start for a time. I will come to resolve the conflict. Practice talking to the dummy. Act, talk. You talk to the dummy. It doesn't seem much for conversation. Toriel seems happy with you. You won. You earned 6 XP, was weiß ich. Ah, very good. You are very good. There is another puzzle in this room. I wonder if you can solve it. So, ich darf die nicht angreifen. Das werde ich auch nicht. I didn't understand what you said. What was? Flatter it anyway. Okay, ich habe kein XP bekommen. Wir dürfen überhaupt kein XP bekommen. Das ist das einzige, was wir nicht dürfen. Überhaupt nicht. Kein XP, nix. Der Western Room ist der Eastern Rooms Blueprint. Wir dürfen abhauen. Wir dürfen die verschonen. Wir dürfen keine Monster killen. Das ist das einzige, was wir nicht dürfen. Und XP bekommen. Das sind die Execution Points. Das ist das Puzzle. Aber hier, take my hand for a moment. Puzzle sind ein bisschen dritte. Ich bin jetzt dran. Das Geile an dieser Route ist, man muss halt nicht jeden verschonen. Damit meine ich jetzt nicht, ihr müsst nicht jedes Monster hier irgendwie gegen jedes Monster hier in dieser Route halt antreten und das dann verschonen. Sondern ihr müsst nur den Kämpfen, die ihr begegnet, halt einfach verschonen, die Monster. Okay, das klickt mal schon hin. Okay, so schwer ist das gar nicht. Das ist gar nicht so schwer. Grüezi, mein Kind. Grüezi, mein Kind. Du bist nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig. Ich war nur hinter diesem Pillar der ganze Zeit. Danke, dass du mir vertraust hast. Aber es gab ein wichtiges Grund für dieses Überschuss. Um zu testen Ihre Interpretation. Ich muss ein bisschen zu tun. Und du musst dir allein für ein paar Zeit bleiben. Bitte bleiben hier. Es ist gefährlich, sich selbst zu lösen. Ich habe eine Idee. Ich werde dir ein Telefon geben. Wenn du eine Neufe für nichts hast, einfach klicke. Be gut, okay? Okay. Ring. Hallo, das ist Toriel. Du hast nicht die Runde, hast du? Es gibt ein paar Puzzle vor, die ich noch nicht erklären habe. Es wäre gefährlich, zu versuchen, sie zu lösen. Begut, okay? Okay. So, playfully wrinkling through the leaves. Füllt sie mit denominationen. HP fully restored. Ähm. Kann es sein, dass die HPs nur full restored werden, wenn wir bei der richtigen Pazifistenroute sind. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon, weil wir noch gar keinen getötet haben. Könnte sein. It says, take one. Take a piece of candy. Darf ich hier mehrere nehmen? Das ist glaube ich egal, oder? Ich hoffe, ich hoffe, ich habe es zumindest. So, ähm. Ribbit, ribbit, excuse me, human. I have some advice for you about battling monsters. If you act a certain way or fight until you almost defeat them, they might not want to battle you anymore. If a monster does not want to fight you, please, use some mercy, human. Ribbit, ribbit. Okay. So. Wimson. Wow. Das konnte ich gleich sparen. Perfekt. Ähm. Genau, wir fliegen jetzt hier runter, aber das ist locker easy geschafft. Wim kommen wir an der anderen Seite raus. Das ist locker easy. Ring. Hello, this is Toriel. For no reason in particular, which do you prefer? Cinnamon or Butterscotch? Wait, do not tell me. Is it Butterscotch? Yes. I had a feeling when humans fall down here strangely, I often feel like I already know them. Truthfully, when I first saw you, I felt like I was seeing an old friend for the first time. Strange, is it not? Well, thank you for your selection. Ring. Hello, this is Toriel. You do not dislike Cinnamon, do you? I know what your preference is, but would you turn up your nose if you found it on your plate? Right, right, I understand. Thank you for being patient, by the way. Three out of four are grey rocks. Will come and you push them. Oh, schon wieder ein Monster. Frog it. Man muss einfach nur mit den, glaube ich, Komplimente geben oder sowas. Keine Ahnung. Blushes deeply. Reveal it. Ja, ich kann sparen. Ich habe noch Gold bekommen. Das ist, glaube ich, egal, wenn man Gold bekommt. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass wir die verschonen. Auch nicht schon wieder dieses Kack-Rätsel da. Das macht die nicht so wirklich. Das war nicht so mein Fall. Please don't step on the leaves. Ich habe wieder ein Monster-Acts. Ja, das ist easy. So, wir müssen einfach nur ein Kompliment geben und, ja. So, Mercy Spare. Aber das Blöde ist halt, dass wir nur 20 HP dann haben die ganze Zeit. Wir können unsere HP nicht vervollständigen. Das klappt nicht. So. Okay. Wie ging das Rätsel hier nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich mache das alles richtig bis jetzt. Das wäre dann ziemlich nice. Oh, Monster. So, den kann man ja gleich sparen. Oh, den kann ich auch gleich. Sehr schön. Stern. Kann ich auch gleich verschonen. Ah, ich bin falsch gegangen. Interessant. Ich hoffe, dass mit dem Candy da, was ich da, wenn ich da zu viele nehmen davon, das passiert, glaube ich, überhaupt nichts. Hoffentlich zumindest. Da habe ich gar keinen Plan. Hä, was? Ah, ich glaube, ich weiß schon, wie ich da hingegangen bin. Äh, ich verstehe. So, dich kann ich gleich sparen. Also, sparen wir ja auch. Spum. Spum, spum, spum. Hä, wie bin ich da durchgekommen? Jetzt mal ohne Spaß. Wie bin ich da durchgekommen? So, auf jeden Fall. Und dann so. Ach so. Und dann so, so. Mann! Das ist kacke. Ich mag das nicht so hier. So, dich kann ich auch gleich sparen. So, gleich verschonen. Hier treffen wir eigentlich auf ziemlich viele Monster. Das ist krass. So, ich bin aber echt mal gespannt auf die Genozid-Route. Hier ist, bei der Pazifest-Route ändert sich ja kaum etwas. Soweit ich weiß. Aber. Ah, shit. Aber, aber ein bisschen. Da ändert sich schon ein bisschen. Aber bei der Genozid-Route ändert sich mega viel. Meine Mose-Moin. Und. Darauf bin ich selber mal gespannt. So, Spare. Wir können ja auch, wie gesagt, auch fliehen. Das klappt ja auch. Wie ging dieses Kack-Rätsel da? Also, ganz wie bei der neutralen Route hat es ja auf jeden Fall nicht angefangen. Das wisst ihr ja. Aber, ob das jetzt wirklich das Pazifisten-Ende ist, das ist für mich so immer noch fragwürdig gerade. Ah, ich denke schon. So, hier kommt man nicht durch. Das heißt, wir müssen bei diesem Leaf-Dings-Boomstar dann gleich nach unten gehen. Und dann irgendein anderer Route wählen. Komm wieder ein Monster. Frogge den Wimson. Erstmal sparen können wir mit diesem Wimson. Meow. So, Kompliment. So, geht doch. So, dann hier entlang. Genau. Dann hier runter. Runter. Perfekt. Wir haben's. Geht doch. So, dann tun wir jetzt hier hin. Schöner Monster. Oh. Perfekt. Ich kann alles sparen. Das ist perfekt. So, das ist das Arschloch-Ding. Aber das kennen wir schon. Also, let's go. Dein Ernst, man. Ja, bitteschön. So, wir überspringen mal die ganzen Dialoge, die wir schon kennen. This cheese has been here quite a long time. It's stuck to the table. Lowing the mouse might one day leave its hole and gets the cheese. It fills you with determination. Hab ich schon irgendwas falsch gemacht? HP full restored. Ist ja gar nicht mehr passiert. Aber hier treffen wir auf jemanden. So, Naps' Bluk. So, flirt, cheer, treat. I would just wait you there. Oh. Keine. Keine schlechte Attacke. So, cheer. You gave Naps' Bluk a patient smile. Really, I'm feeling not too sorry. You gave Naps' Bluk a cool look. Go ahead, do it. So, um. Don't know much here. Hehe. Do you like it? Yeah. Yeah. Das heißt, für jetzt müssen wir ihn flirten. Oh, no. I usually come to the ruins, because there's nobody around. But today I met somebody nice. Ah, I'm rambling again. Let me get out of your way. Nice. I mean, for sure. Did you miss it? Spider-Begs sell down and to the ride. Come eat food might by spiders for spiders of spiders. Yeah. Yeah. Come on, come on. Some spider squall down and gave you a donut. Spider-Begs sell out broxies to real spiders. Oh, that's already a rabbit. Rabbit, 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 I heard using fur can make you have full screen. But what does fur, fur, fur fur fur, I have only. Nah. Okay, we can. Rabbit, rabbit, I have heard you are quite merciful for human. Shall you know when all months have a yellow name where you can spend? What do you think of that? Very helpful. It is rather helpful. Remember, sparring is just the same. You won't fight. Maybe one day you won't have to do it even if your name is yellow. Hello. I just realized that it has been a while since I have cleaned up. I was not expecting to have company so soon. There are probably a lot of things lying about here and there. You can pick them up but do not carry more than you need. Some day you might see something you really like. You will want to leave a room in your pockets for that. Blablabla, can we do it all? Blablabla, can we do it all? Ähm. Ich glaube, wir müssen runterfliegen. So. Ähm. Molzmal kann man auf jeden Fall schon mal sparen, aber... Anfänger und zehn. Wie kann man den anderen sparen? Einfach die ganze Zeit... I don't care! Einfach die ganze Zeit anlabern bestimmt. Es gibt ja nur das Anlabern. So, wieder Talken. I don't care! Vielleicht wenn er alleine ist oder so. Keine Ahnung. Ich hab nur einen Plan. Ne, sieht nicht so aus. Aber erstmal sparen. Sparen your arms, baby. Ja, jetzt auf einmal. Weil er alleine ist. Gut. So, was ist hier unten? Ah, hier. Da ist der Schalter. Achso, das war ja dieses Rätsel. Das war ganz cool. Da ist er auch ganz rum. Da ist da noch was. Da bin ich mal gespannt. Was ist da? Ja. Drenier. Don't pick on. Pick on. You weird little snipe. Woah, fuck. It's gazing at you. Don't pick on. Finally, someone gets it. What the fuck? Ja! Paris, gesperrt. Sogar ein bisschen mehr Gold bekommen. So, was ist das denn? What the fuck? Ähm, dinner. You pet your stomach. Vegetary to offer us a healthy male. Eat your greens. What the fuck? Oh, greens. Here for your health. Ja, danke, Alter. Sparen. Schön, schön. Das ist ja ein Monster gewesen. Alter, what the fuck? Ich dachte, das wäre irgendein Item. Naja, wir können auf jeden Fall weiter. Okay, das war dieses Rätsel hier. Der Fahrtdauer ist not an Exit. It simply makes a rotation in Perspektive. So. Hier war, glaube ich, der blaue Schalter irgendwo. Migosp. Stimmt, Migosp. Wenn er alleine ist, dann spart er auch. Me, me is the best. Haha. Oh, Sparen. Schön. War doch irgendwie hier, oder? Nee, hier. It's a switch. Press it. Yes. Ja, a clicking sound. Kennen wir halt alle schon. Vegetoids. Vegetoids. Ah, dinner. Jetzt muss ich das Greener essen. Fuck. So, vegetoids. Big dinner. You pet your stomach. Quakeet heute auch was a heavy meal. Kann man jetzt beide sparen? Ja. Sehr schön. Warte halt mal. So, hier müssen wir einfach sparen. Und dann den anderen. Der macht eh nix. Und dann können wir den auch sparen. Baby. Einfach. Sonst lasst mich aber wirklich in Ruhe. If you can read this, press the red switch. Oh. Okay, Vegetoids. Dinner. Okay, dankeschön. Phil, die Single-Minder. Video Greens. Wow. So. Mercy Spare. Swing your arms, baby. Und wenn er alleine ist, dann... Swing dann nur seine Arme. Und möchte mich nicht angreifen. Red switch. It's a switch. Press it. Yes. You heard a clicking sound. Das war so einfach, oder was? Wo war das hier versteckt? Hier war irgendwas versteckt. Let's a switch. Press it. Yes. You heard a clicking sound. Man, jetzt nervt doch nicht rum. Oh, schon wieder so ein Vegetoid. Dinner. Blah, blah, blah. Dankeschön. Wow. Jetzt auch noch mit Vegetoid B. Dinner. Ist halt nicht ganz einfach hier. Aber, das geht wohl schon locker hin. Wir haben halt nur 20 HP. So, können weiter hier gehen. So, wo sind wir hier? Ich glaube, rechts geht's dann noch. Rabbit, Rabbit. Just between you and me. That's how Tobi came out of here. Just a little while ago. Oh, she was carrying some of my groceries. I didn't ask what they were for. Yeah, I'm too intimated to talk to her, Rabbit. Hier ist ein Knife. Genau, damit kann ich ja schön mich ausrüsten. Auch wenn es mir gar nichts bringt. Steak, Drop. Weil ich eh nicht kämpfen werde. Wobei, eigentlich muss man sogar ein bisschen kämpfen. Sagen wir es mal so. Kämpfen, daraus kommt ihr eh nicht weg. Oh, dear. Das took longer than I thought it would. How did you get here, my child? Are you hurt? There, there. I will heal you. I should not have left you alone for so long. It was irresponsible to try to surprise you like this. Well, I suppose I cannot hide it any longer. Come, small one. Every time this old tree grows and any leaves, they fall right off. So, seeing such a cute, tidy house in the ruins give you determination. So, meine Freunde. Was? Gut, wir sehen uns hier auf jeden Fall im nächsten Part, meine Freunde. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Part von Undertale, meine Damen und Herren. Der Pazifist nur Gute. Tschau. 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 Vielen Dank.